Willkommen zurück zu Left4Leg Ich war das nicht Nein Ja ich doch nicht Wow was hat er denn da gemacht ähm du hast da irgendeine Geschwulst an deinem Bein ähm ich hab dir deinen halben Rücken weggeschossen natürlich lebst du noch natürlich Tollwut da beschädigt mich an von dem Ort seid ihr du schießt mich auch an ja aber du bist nicht böse ich bin alleine so nix neu ist Leute ich werde ich dankbar hier für mich verlaufen aber auch wir ja das ist die Stürmer für die Städte mit meiner Medi-Bag so gut da sind wir auch oben alle Leute wieder da bis dahin das ist Mocke der ist daher immer noch um ich sehen doch sogar von mir auf der Kirche ich habe erst mal auch das ist gar keine Leiter ich halte ich an die Tourer sicher ich bin nur so blöd um mich zu sehen ich habe gerade mit mir abgebrochen gehabt was oh mein Gott Smoker lass mich in Ruhe ich wollte nur das aufheben ja mein Freund ich wollte es nur aufheben lebt ihr denn immer noch? ich habe hier eine Nahkampfwaffe hier oben ja wie bist denn du da hochgekommen frag ich mich auch hier oben ist auch eine AK und ein Splitter und ein Smoker da ich habe mich auch nicht Baby ich komm und hier ist gar keine Nahkampfwaffe was willst du eigentlich? da oben ist eine Nahkampfwaffe wo? auf den Turm warte ich komme gleich hoch wenn mich dieser Jockey nicht belästigen würde verpatsch der Schalter lasst Curry im Ruhe er legt es wirklich drauf an Leute oh mein Gott AAAAAAAA ich hab den Splitter gekillt komm zu mir ich komme ich schieße mich gerade durch die Masse das sind alles das sind alles Effe Effe Bill meine Fresse steht daneben okay lol ich hab mir die Beine gebrochen ähm Charter oh mann wo kommt da der Charter her ich hab keine Ahnung boah ey ne ich stehe hier in Massen von Zombies und kommt auch nur so ein Charter und will mich ficken ich bin in den Arschlau Hilfe Dankeschön okay das wird mir echt ein bisschen zu krank hier boah so viel Blut und Leichten da in der Ecke ich nehm die Waffe hier Mann ja das geht hier vorne waren auch noch ein paar da hinten was? Waffen ja aber AK scheiße M4 ist am besten finde ich M16 ähm ist die Brücke irgendwie da kaputt? kann sein aber hier geht's weiter ähm Curry da gut ist mit mir ey ich komme mir gerade vor wie bei Shaun of the Dead da hatte er auch so ein Teil kennst du Shaun of the Dead? ne jo ist aber schon leider lange her dass ich's geguckt hab das ist lustigster Film ever verpiss dich oh mein Gott das wird tschi-bitchi weil ich fackel sie ab ne ne nicht 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 es ist so spät ah sie schubst mich mhm sie hat mich niedergebrannt die kleine sie messelt gerade auf mich ein du kannst ruhig zurückkommen sie hat gerade Langeweile boah alter guck mal klein im Leben ey guck mal klein im Leben mitten im Wurf mitten im Wurf sagt er so nein so ich will einen den Kopf weg hallo ich will einmal zielen und einen den Kopf wegschlagen ey als ob der Hunter dumm ist oder so ne boom alter und es hat boom gemacht warte bevor du auf einen schießt ich will mal mit ich hab hier so so nen Fernkampf-Ska ha ein Fernkampf-Ska? was ist das denn? weiß ich doch nicht ist mir grad eingefallen wegen Phantom Pro ich hör doch wieder jemanden kiffen ey ja Jo was geht da ist er wer? wo? der Käfer hier vorne der da was so der Käfer oh schön 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 die Bäuche aufhauen naa! na da na 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 Napoleon ne na na na, ne na na du nal mesma però auch die kleinen o my god oh my god ein teenager ein teenager sagt er Curry? komm mal her Thanks aber dafür gibt es mir deine Pillen das wäre sehr freundlich danke schön habe ich dich nicht geheilt? Leute was soll die Scheiße? Nein, nicht Bill, Mann. Bill verwisstigt. Sind wir auch? Gut, dass du auf alte Männer stehst. Gib es zu. Wow, du Missgeburt. Das ist doch eine Pipe-Ferber. Aber wer braucht. Das war meine, die habe ich knapp dahin gelegt. Rennmannsfeuer, du brennst dann in echt, ne? Ich wollte euch nur abfackeln. Also ich bin auf der anderen Seite lebend. Was ist das denn geschafft? Ach, mir habe ich jetzt gefunden. Arschloch. Trotzdem bin ich jetzt in die Hilo. Ich habe Stühle gefunden. Ich höre da was knurren. Ich habe... Wow! Motherf! Komm rein! Tür zu... Was ist los mit euch? Wow, der macht ja die ganze Tür kaputt. Nein! Ich bin in der Falle. Ja, ha, ha. Bill? Ich werde mich aufwachen. Ja, sicher. Oh, Stein. Wo bekommt er die ganzen Steine her? Das ist nicht Assassin's Creed, meine Freund. Oh mein Gott. Geht da weg. Ich mache den jetzt im Nahkampf. Bam, Alter. Oh, gib das Blut, Alter, da mit dem Nahkampf. Nicht mich, nicht mich, du heißt mich. Nein! Nein! Ich bin doch zu jung. Ich bin knapp. Ich bin recht, der will. Molotow. Weil, du hast Molotow nicht mitgenommen, echt nicht. Weißt du, was witzig war? Da war jetzt Boomer-Kotze, ne? Das... Aber hier waren keine anderen Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wieso kommen diese Fettzecke immer um die Ecke? Hier war der Tank, Alter, auf der Toilette. Der hat gekotzt. Der hat einen gesoffen und konnte nicht mehr. Hier ist doch ein Medikid, wer haben will. Ja, ich wäre sehr... Sehr dankbar. Dann komm hier hin. Hier in die Toilette. Da, das hat der Tank ausgekackt. Anscheinend. Oh, geil, ey. Ausgekackt. Hallo? Ist hier eine Tür? Scheiße, guck mir mal nicht zu, ja? Uuuh, Kamera. Eklig, Digga, eklig. Ich wollte gerade sagen, Bill, kommt auf Klo und guckt mir dabei zu, ey. Voll die perverse Ratte, man. Der hält wahrscheinlich noch. Ja, alte Männer haben diese Bedürfnisse. Ach, da lang. Die war echt behindert, man. Die hat gegen die Tür geklopft, obwohl da gar keine mehr war. Nein, nicht da lang. Wir müssen hier auf der anderen Seite des Flughafens. Das ist ein Flughafen? Oh mein Gott. Das ist ein Flughafen. Hier sind die Koffer. Und hier ist wieder ein Medikid. Ey, haben die mein Gepäck wieder verschlunzt? Ey, dann rast dich aus. Medikid. Ich hätte gerne irgendwas Axtartiges. Axtartiges? Messerartiges, ne? Panzerglas. Kommt da nicht. Irgendwie verpeilt. Das war sinnlos. Ich renne einfach Curry hinterher. Ich habe die Madlone hier gespielt. Ich habe keine Ahnung, wo der hingeht. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe. Hier geht's hoch. Hier müssen wir hoch. Hier sind Pillen. Nimm mich aber. Was denn? Oh du! Toll, Jan. Gut gemacht. Was denn? Wir müssen den Leuten auch was bieten, ja? Blut und Action! Blut und Action! Blut und Action! Okay, Boomer nicht. Das ist eklig. Alle schlagen sie auf Bill ein. Ich komme, Bill. Aber nur, weil es an Cut ist. Ich wusste, dass du für Bill kommst. Halt die Fresse. Das was? Das ist Gott! Oh, ein Charter nicht. Okay, Bill, ich lasse dich mal liegen, okay? Tschüss, Bill. Die Charter wollen wir unbedingt wieder erwischen, wie im letzten Level von dem ersten Aufschlag. Das war witzig. Aber das hast du ja noch überlegt, also sei mal froh. Er musste zweimal wieder hochlaufen. Könnt ihr nicht mal warten hier? Ja, nur einmal war es vom Charter, das zweite Mal nicht. Das zweite Mal war es im Tank auch nicht viel besser. Ja, gut. Ich bin im Safehouse. Das ihr macht mir egal. Sehr freundlich. Bill Tüte sogar noch ein Smoker. Ich bin auch im Safehouse. Ja, Toker ist interessiert mich nicht. Hallo, Zombie. Boah, Ruhe da hinten. So, du, reiß für dich hinterher Schlampe! Du auch, ja. Welche Waffe nehme ich mir denn? Geh den Kopf von diesem Vieh aufbaut, ey. Ich bin nicht brutal. Alter, jetzt lass mich ran. Hallo, wo bin ich? Er soll hinter der Tür. Bill ist tot. Du kleine Schlampe. Was ist total unlogisch? Aua, aua, aua. Hör auf damit! Danke, Toker. Ähm, noch einen, oder? Oder noch eins. Oder soll ich jetzt wieder den Cut machen? Mir ist es egal. Ich mach mal einen Cut. Bis dann. Ciao. Wo ist sie?」 Sven. Jau. Jau.